Hallo Duda, wir sind wieder zurück in Far Cry 5. Yeah, wir haben gerade dieses Flugobjekt abgeschossen. Und hier waren auch einige Typen, denen wir das Handwerk gelegt haben. Da kassieren wir noch ein bisschen. Irgendwie bahnt sich da schon wieder was an. Wir bleiben aber nicht hier, wir verschwinden jetzt hier. Ich würde gerne da runter, aber ich sehe gerade, wir sollen ja sowieso das Schiff da vernichten. Deswegen brauchen wir selbst auch ein Boot. Hier haben wir eins. Gut, dann holen wir uns das. Das ist ja nicht sehr weit. Oder? Wo ist denn das? Das muss da hinten aber sein. Hä, wo ist denn das? Ich habe doch das eben markiert. Muss ich mal gucken? Ja, das ist richtig. So, dann werden wir ihn verfolgen. Aber, ich kann hier nicht an Land, ich kann nicht überall hin. Überall ist dieses Giftzeug. Da wird mich die Tante da wiederholen. Wenn ich da reinkomme. Hä, das Boot kommt ja wieder zurück. Ne, 800 Meter. Das ist jemand anders hier. Da muss ich mich erstmal durchballern wieder. Aber hier kann ich an Land. Hier ist das kein Problem. Okay. Hä? Ich habe doch keine Hand mehr. Kein, kein erwischte. Völlig sinnlos die Granate verbraucht hier. Wo ist denn der Kerl? Komm, lass dich nicht schlagen. Gut, das pindern wir mal. Die Money geht mir raus hier. Ah ja. Sehr gut. Hier auch nochmal was. Das haben wir alle schon wieder. Jetzt sind wir schon wieder voll. Dann kann ich die Waffe hier auch schon wieder laden. Das wollte ich hier zwar nicht. Na gut. Da holen wir erstmal ein Boot. Ein Boot. Ja, 10. Genau. Wir haben trotzdem noch keine Money her, irgendwie. Ist unser Kumpel da, oder was? Oder hat er sich wirklich komplett verabschiedet? Ne, er ist da. Gut, dann los. Jetzt holen wir ihn uns. Jetzt ist er sonst wo. Aber wir werden ihn schon finden. Das ist unsere Mission. Und das machen wir jetzt. Hat ja auch ein bisschen gedauert, bis wir das Boot da erreicht haben. Beziehungsweise bis wir eins gefunden haben. Ja, dann haben wir die Mission auch gleich erledigt. Ne, das lasse ich alles mal bleiben jetzt. Ich bin hier total fixiert auf das Boot. Was ich zerstören soll. Ob wenn die jetzt so sterben, kann ich mich nicht ändern. Ah, wir haben ihn gleich. 500 Meter. Ja. Ja. Mal gucken, wie schnell er ist. Vielleicht kann er ja auch abhauen. Oder der ist schwer bewaffnet, weil Kanonenboot. Hm. Das klingt gefährlich. Da vorne ist er. Ah, das ist das gleiche, was wir auch haben. Das ist natürlich zu zweit, unterwegs. Oh, wir sind falsch, wir sind falsch hier. Haben wir aber Glück. Wir haben uns hier festgefahren. Toll. Tja, ich fürchte, wir verschwinden gleich. Oder noch nicht. Das lassen wir mal wieder gleich zu Wasser. Und immer merken, auf Gummi und Plastik, Kunststoff und so immer Feuer halten, damit das Boot dann repariert wird. Das funktioniert scheinbar. Okay. Hä? Wer hat uns da abgeschossen? Auch der. Dem werde ich helfen. Ui, was denn hier los? Ich habe einige. Tja, mit einer Granate, was man da alles erledigen kann. Ui, das gibt Geld. Das kann ich alles verkaufen. Beschädigt, ja. Ja, ich weiß, aber... Klingt ja voll. Ich war das nicht. Wo kommt ihr denn alle her? Was? Ich fürchte, das Boot kriege ich nicht mehr raus. Doch, es bewegt sich. Kein Händler hier in der Nähe. Ja, es dreht sich. Es kommt wieder frei. Hoffe ich. Vorwärts geht nicht. Habe ich gerade versucht? Tja, dann ist das Ding hier fest, oder was? Nee, egal. Das kriegen wir nicht mehr frei. Wir müssen uns jetzt hier Fahrzeuge organisieren und dann gucken, dass wir mit denen weiterfahren. Was haben wir denn noch für eine Mission? Wir sind hier. Da haben wir noch was. Da sollen wir das Fleisch, das können wir wegbringen. Es kann nicht weiter, machen wir das. Ich muss aufwarten, als wenn ich ins Wasser reinfahre. Sind wir wieder weg. Das sind auch schon wieder Viecher. Gefährlich. Gut. Da ist so ein offizieller Weg. Hey, die Mission können wir doch schnell mal mitnehmen. Warte nochmal, Junge. Die weglaufen. Ich will nur kurz mal mit dir reden. Alles gut, alles gut. Oh je, der ist total überaktiv. Der stirbt ja gleich hier. Hey, der klaut unser Fahrzeug. Und dann verzichte ich auf die Mission. Dann bringen wir jetzt das Fleisch zurück. Ist sowieso eine Mission. Und wenn er sie mir nicht geben will, dann kann er sie behalten. Dann kann er sie jemand anders geben. Dann wollen wir sie nicht. Was sind wir hier denn? Hubschrauber? Autos. Wir fahren erst mal mit dem Ding hier drüber. Was können wir nämlich eigentlich in Abkürzung nehmen? Da ist er ja. Der hat auch sehr lang gewartet. Jetzt kriegt er sein Zeug. Der redet ja nie. Der redet immer so komisch. Abgeschlossen, ja. Ich hätte jetzt richtig Lust auf einen von Chad's Wiesel. Sag mal, irgendwie geht es dir nicht gut, den Leuten. Die klauen alle meine Fahrzeuge. Mit denen hatte ich schon zu tun gehabt. Ey, komm, mal runter. Ich habe gehört, dass wir wieder frei sind oder so. Ich muss da was verpasst haben. Ich schneide es nicht. Ich war doch die ganze Zeit schon frei und spitze drauf. Was? Seid ihr alle emotional gestört? Was war denn da los? Hä? Ich habe ja Bisonfleisch und solche Sachen, aber will das nicht. Egal, dann mache ich das nicht jetzt andauernd mit. Jetzt nicht. Und wir holen uns auch gleich eine andere Karre. So, dann haben wir nur... Das haben wir noch. Immer noch ein Wagen. Das sind keine richtigen Story-Geschichten hier. Das ist ja einfach nur... Okay, bin drin und kann mich am Sitz fest. Los geht's! Das sind hier einfach nur... So kleine Nebendinger da. Hier wäre das, ne? Ja. Überfahren. Dann geht's immer weiter. Dann kommt immer mehr und immer mehr. Gut. Was haben wir hier dann? Da haben wir auch noch was. Dann könnte man da hin. Erstmal fahren wir aber da hin. Und werden uns die Karre organisiert... Äh, das ist... Den Helikopter da organisiert. Wie sind wir damals mit dem Truck gewesen? Das weiß ich noch. So einen ganz alten Kasten da. Das ist ja gar nichts. Das machen wir. Da brauchen wir kein Schnellreisesystem. Oh. Nicht so viel nach hinten gucken. Das ist gefährlich. Oh. Wir nehmen natürlich jetzt mal eine Akkütze. Aber... Wir versuchen... Die Bäume... Zu vermeiden. Und die Bäume drumherum zu fahren. Au. Bist du noch drauf? Der ist weg. Na, kommt hinterher. Er kann laufen. Ein paar Meter da noch. Irgendwie wird die Straße immer seltsamer hier. Oh. Ich fürchte, das war's. Ich komm, da ist doch nicht hoch. Wir haben Mist geworben. Wir haben sowieso gleich einen Helikopter. Hätten nicht mehr lange durch. Da oben ist es schon. Da ist der Helikopter. Da ist der Helikopter. Naja, die wollen auch nur ihren Speis. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Da kann man sicherlich drauf verzichten. Wo sind wir denn hier? Wer sagt dich, sei zu laut? Na, wer sagt's denn? Das ist nochmal alles mit. Der Helikopter ist schon... Gibt's noch neue Helis jetzt hier? Immer noch keine, ne. Wir sparen einfach mal weiter, weil ich bin mir sicher, dass er noch eine... Ich hab mir doch einen Heli bestellt. Gut, dann können wir jetzt wieder... ein bisschen rumfliegen. Wollt Missionen machen. Da haben wir schon einen. Bist du drin hier? Komm, das war wieder rein! Krass, liebe Herren. Ach, das nicht. Das machen wir nicht. Das sind Arcade-Spiele. Die machen zwar mega Spaß, aber für Let's Play ist eher nicht zu geeignet. Nicht immer zu. Hier sind auch welche. Gut, dann lassen wir das. Dann gucken wir weiter. Das war das. Das können wir machen. Lassen wir nochmal wenden. Da hinfliegen. 2000 Meter ist ja gar nichts mit einem Helikopter. Dann halten wir mal nach diesem... ...Transporter da... ...Ausshow. Einer fehlt noch. Dann haben wir die Mission auch fertig. Tag. Ich werde mal tiefer fliegen. Wir fliegen irgendwie auch zurück. Da sieht man ja gar nichts. Nee, ist noch nichts zu sehen. Nee, ist noch nichts zu sehen. Das macht Laune hier, wa? Mit dem Heli rumfliegen und so. Naja, da antwortet ihn nicht. Der versteht uns ja nicht. Der hat seine eigene Sprache. Gut, dann bringen wir die Platten auch zurück. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Mal irgendwie... Irgendwo... War da jemand? Und schon so bitterer. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Irgendein Affe wird uns den wieder klüren. Kennen wir ja. Schade, dass man keine Schlüssel hat oder so. Dann könnte man dagegen wirken. Wo soll ich denn hier die Platten finden? Seltsam. Die haben wir ja eigentlich schon, ne? Wir müssen die nur zurückbringen. Wo ist denn hier... Das Versteck. Das muss ja unten irgendwo sein, ne? Das ist ja... Wo ist der Dich hergangen? Also ich weiß ja gar nicht mehr. Entweder hier irgendwo... Gucken wir mal genau, ob hier irgendwo ein Eingang ist. Hm. Weil da ist auch ein Helikopterplatz da oben. Dann ist es da oben. Dann war da der Eingang. Ja. Richtig. Hier ist der Platz und hier geht's rein. Genau. Alles klar. So, das ist der Waffenhändler. Und da ist der Plattenfratzer. Nice. Das hab ich schon lange nicht mehr gehört. Ich pack's in die Heavy Rotation. Es muss noch mehr Alben da draußen geben. Was? Sie hier und Sie kommen auf den Plattenteller. Was? Ich hab gedacht... Ich hab echt gedacht, das war's jetzt. Haben die hier noch ne Mission? Ich glaub nicht mehr. Können... Denk ich mal... Schnell wieder verschwinden. Ne Nebenmission ist aufgetaucht. Hey Bruder. Wir holen ab. Ich hab schon viel von dir gehört. Du bist deine richtige Inspiration. Vorbereiten. Dann holen wir jetzt gleich einen neuen Helikopterplatz. Warum soll ich da jetzt wieder runter ran? Wenn ich mir direkt hier einen holen kann. Kostet mir ja eh nix. Kann auch sein, dass er jetzt sagt, sie dürfen nicht. Doch. Er hat ihn einfach hierher gespawrt. Gut. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn noch so schönes hier für Missionen? Arcade? Arcade-Spieler? Ist noch ein Versteck. Da haben wir noch Sachen. Die hat hier auch noch was, oder nicht? War da nicht auch noch was? Ne. Dann machen wir hier weiter. Dann markieren wir das mal. Wenn wir dahin fliegen. Ja, das hat man auch schon mal. Das sind Bäume dann, oder was? Ich sehe Bäume und du? Da ist ein Baum, genau. Da unten ist er. Ich sehe ihn gerade. Da ist der Baum. Gut. Dazu sagen wir mal nichts. Das war keinem Sauset. Das war keinem Sauset. Was für eine Aussicht. Ich genieße sie gerade. Richtig ehrlich hier. Ich fürchte, wenn wir den Drogentransporter da erledigt haben und zurückfliegen und die Missionen abgeben wollen, heißt es wieder, oh, es fehlen noch fünf. Und die findet man durch Zufall irgendwann mal dann, ja. Also schleppt man die ganze Zeit Missionen mit sich rum. Was haben wir hier? Ist das ein Turm wieder zum Zerstör? Oh, oh. Ich sollte weiterfliegen. Sie holt uns bald. Ist die auch wieder so komisch? Wie mir? Ist richtig komisch, dass es komisch ist. Ich weiß nicht, ich sollte hier nicht landen. Ich flieg mal weiter. Mir ist komisch. Was haben wir da denn? Erstmal drauf schießen. Geht nicht kaputt. Doch, ihm ist auch komisch. Der ruckelt so komisch. Gut, dann landen wir hier. Da drüben! Ja, mach mal langsam mit dem Ding da. Verschwinde bloß, Bulle! Ich kenne meine Rechte. Ich mach nichts Illegales. Ich bin Charlemagne Victor Burscher. Wenn du im Alltag nicht so viel Zeit hast, nenn mich einfach Sharky. Willkommen im Disco Inferno. Mein besonderes Plätzchen, wo ich fern meines Bewährungshelfers oder anderen Zeugen oder Gesetzeshütern wie dir, mal ich selbst sein kann. Hier kann ich meinen Drang nach Feuer und Chaos freien Lauf lassen. In einer sicheren Umgebung, ohne Hose und ohne Konsequenzen. Ja, jetzt habe ich eine Hose an. Aber wer weiß, ob das in einer halben oder dreiviertel Schleben kriegst du mich nicht. Moment. Du willst mich gar nicht festnehmen? Okay, cool. Äh. Jo. Ich wollte ja eigentlich mit dir reden. Ach. Wisst ihr was? Ich weiß nicht. Hat er die Mission mir jetzt schon gegeben? Nein, hat er noch nicht. Also würde ich mal sagen, wir beenden die Mission hier mal kurz. Äh, die Aufnahme. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Dann lasst doch ein Like da. Wenn nicht, dann ein Dislike. Das ist auch kein Problem. Das ist ja auch Kritik. Und schreibt doch mal was in die Kommentare. Was euch gefällt, was nicht und so weiter. Und wenn ihr noch nicht habt, dann Abo. Und das Glöckchen anklicken. Nicht vergessen, weil dann bekommt ihr immer Nachricht, wenn ein neues Video da ist. Jo. Dann sage ich ganz einfach mal, bis zu meinem anderen Video. Tschö mit Ö. Weiß mir war ich das. Nee.